Wer heute so wie ich meine Steppen App gesehen hat, dem ist unweigerlich aufgefallen, dass wir extreme Rabatte sehen. Nein, das ist nicht der Black Friday, sondern das ist wirklich tatsächlich ein kleiner Kollaps innerhalb dieses Steppen Systems. Und heute möchte ich einfach darauf eingehen, ob ich jetzt tatsächlich Steppen für tot halte, ob da jetzt wirklich die Luft raus ist oder ob das theoretisch der günstigste Einstieg überhaupt sein könnte, weil die Floorpreise für die komplett billigsten Schuhe, die es gerade gibt, die sind so bei 150 Dollar und ich habe damals meine Floorpreise zehnmal so hoch bezahlt. Das Ganze ist noch nicht einmal so lange her, bevor ich Steppen angefangen habe und ja, was wir jetzt sehen, ist für viele die günstigste Einstiegsmöglichkeit überhaupt für das ganze Spiel. Allerdings haben wir jetzt natürlich das Problem, jetzt was günstig ist, sind sehr viele Leute am Zweifeln, hey, ist das überhaupt noch ein gutes Spiel? Und ich finde genau diese Denkweise eigentlich ganz gut, nur die hätten viele ein bisschen früher haben müssen, weil ich möchte auf das eingehen, was ich schon in meinen Videos gesagt habe, natürlich dann auch auf ein paar Zukunftsprognosen gehen und immer noch den Satz in euren Kopf reinhämmern, wir sind Investoren und keine Spieler. Und hier geht es wirklich um viel Geld für die ganzen Spieler und Spielerinnen und ja, hier haben auch sehr viele Leute viel Geld verloren. Ich möchte euch mal auf die Risiken aufmerksam machen und theoretisch, was ich jetzt mit meinen Schuhen und Sneakern mache. Damit natürlich herzlich willkommen zu diesem Video. Der GST, der Green Satoshi Token, kennt seit ein paar Tagen eigentlich nur eine katastrophale Richtung und diesmal, ja, nach unten, nach unten, nach unten. Wir haben einfach vom All-Time-High jetzt innerhalb von sehr kurzer Zeit eine über 90% Korrektur beim GST gesehen und wir haben auch beim GMT nicht ganz so wild, aber dennoch etwas schlecht, wenn man da Geld drin hatte. Ja, haben wir auch eine Korrektur gesehen von 75% und in diesem Falle wollen wir einfach mal on-chain auf die Sachen eingehen und ich möchte euch kurz noch ein paar Video-Ausschnitte von mir zeigen, wie ich dieses Projekt angegangen bin, denn viele von meinen anfänglichen Zuseher wissen, dass meine Strategie von Anfang an war, jeden Tag auszucashen. Ich habe ausgecashed, als der GST bei 4 Dollar war, bei 4,50 Dollar war, bei 5 Dollar, bei 6 Dollar und knapp über 7 Dollar konnte ich auch sogar meine Daily Earnings verkaufen, habe wirklich jeden Tag ausgecashed und habe schon nach 30 Tagen meinen Return on Invest erreicht. Das war eigentlich eine ziemlich gute Strategie, wie sich bis zum jetzigen Zeitpunkt herausgestellt hat, allerdings, wenn ich jetzt zu Fuß gehe und ich verdiene am Tag eh nicht zu viel, weil meine Schuhe nicht zu hoch sind, ich habe nicht hochgelevelt, ich habe ja im Endeffekt immer ausgecashed, verdiene ich 15 Dollar am Tag und ganz ehrlich, für 15 Dollar auszahlen am Tag, da sind mir die paar Klicks zu viel, jetzt denke ich mir, könnte man sich überlegen, günstig zu leveln und wenn die Kurse hochgehen sollten, auszucashen. Und wie sich das Ganze jetzt verhalten könnte, auf das gehe ich natürlich in diesem Video ein und ich danke natürlich auch dem lieben Hugo vom Kanal Kryptosphäre für die wahnsinnig guten Tipps, da kommt demnächst ein Video online, ihr dürft euch schon drauf freuen, wir haben nämlich ein mega krasses Gespräch auch über Steppen gehabt, kommt online, seid auf jeden Fall gespannt, es war bombenmäßig und jetzt gehen wir mal so zurück, was ich gesagt habe und wie ich mich bisher nach meinen eigenen Aussagen verhalten habe, weil das war gar nicht mal so blöd. Und tatsächlich, vielleicht gehöre ich zu den Topkäufern, vielleicht gehöre ich wirklich zu denen, die dann in ein, zwei Monaten minus 80, 90% auf das ganze Ding haben. Also mit dem musste man einfach rechnen, das ist eine Spielerei und das ist ein Gamble. Das Video verlinke ich dir natürlich oben hier. Nur du spielst hier wirklich mit Geld und das darf man nicht vergessen. Und wenn du immer auf Upgrades aus bist, ist die Folge einfach, dass das Profite nehmen sich nach hinten verschiebt. Zeitlich wirst du das einfach immer weiter nach hinten verschieben. Und ich finde den Faktor Zeit bei solchen Projekten ziemlich wichtig. Diese ganzen Gamblereien, wo Leute mit FOMO reinkommen, bei mir im Hinterkopf ist da immer so der Punkt, wo hört das Ganze auf, wie lange geht es noch gut. Und da ist eben der Punkt, solange das Ökosystem genutzt wird und viele Upgrades gemacht werden. Auf genau die Punkte, wie das Ökosystem genutzt werden, kommen wir natürlich gleich noch zu sprechen. Deshalb denke ich auch am Anfang rein zu investieren, ja schlau, das Geld dann in diesem Spiel zu verlieren oder einfach im Spiel zu lassen, denke ich ist ein Fehler. Man sollte schon schauen, dass man sein Investment zumindest zur Hälfte wieder rausnimmt, weil es geht hier einfach um Geld, es geht hier um Profite machen, bin eher auf dem Weg dann Profite rauszunehmen, anstatt meine Schuhe ins unendliche Nirvana hochzuleveln. Ich möchte dir vor allem eins sagen, du musst Investor sein und nicht Spieler und nicht Turnschuhsammler und nicht NFT-Sammler, du bist Investor, du spielst hier nicht, du investierst. Deshalb musst du einen klaren Fokus haben bei diesem Spiel, weil keiner weiß, wie das Projekt in zwei bis fünf Monaten sein wird, wird es noch im Plus sein, gehen wir den Bach runter, werden alle NFTs 100x machen, was theoretisch auch sein könnte und dein Ziel sollte aber trotzdem sein, Gewinne zu realisieren. Stell dir vor, in zwei Monaten ist das Ding platt oder in einem Monat. Wärst du in diesem Worst-Case-Szenario im Profit, wäre es ein großer Verlust, wäre es ein kleiner Verlust und auf dieses Ziel hinzuarbeiten, dass du einfach ab einem bestimmten Punkt sagst, hey es ist egal, ich bin massiv im Plus, meine FT's, die gehen, ich kann sie verleihen. Das Video ist jetzt ein Monat alt und ich hoffe, es haben damals schon viele Leute gesehen. Das Video hatte auch 9000 Aufrufe, also eines der meistgesehenen Steppen-Videos. Ich hoffe, ihr konntet das auch irgendwie verinnerlichen und nutzen. Die Gefahr in diesem System ist, dass du nicht auscashen und das ganze Geld, was du bekommst, immer wieder reinschmeißt, immer reinvestierst. Ja und genau dieses Problem wurde jetzt sehr vielen Leuten einfach zum Verhängnis. Dieses ständige Reinvestieren, das Nicht-Auscashen von Profiten, war halt hier wirklich der Schlüssel, dass du das Projekt mit positiven oder zumindest neutralen Zahlen jetzt hier verlassen oder immer noch drinbleiben kannst. Ich persönlich, ich denke mir halt jetzt eines, mir war das Risiko von Anfang an bewusst. Ich hoffe, das habe ich jetzt klar und deutlich hier nochmal gezeigt, dass ich zwar Fan von dem ganzen Ding bin, von dem Projekt, wie es aufgestellt ist und so, das ganze Finanzielle dahinter, aber hoch spekulativ und einfach nur ein Geschenk ist, das du nehmen musst und nicht reinvestieren, weil das hat echt vielen Leuten sehr viel Geld gekostet. Ich persönlich denke mir jetzt eines, ich schaue mir die Onchain-Daten an und bin da wirklich komplett neutral, mir ist egal, wo die Kurse stehen, mir ist komplett egal, wo irgendwelche Coins und Tokens und Schuhe, was auch immer verkauft werden, ich schaue mir die Onchain-Daten an. Laut diesen Graphen sehe ich einfach nur eins, die Anzahl der neuen User, ja die stagniert jetzt ein bisschen, beziehungsweise ist hier ein kleiner abnehmender Trend. Irgendwo kommt natürlich dieser Punkt, wo es vielleicht mal nicht weitergeht. Ich sehe allerdings eines, bei Steppen steht noch ganz groß Beta dabei und Beta ist jetzt überhaupt nicht das fertige Produkt, ich denke mir, das ist noch die Anfangsphase und das Marketing haben die bisher einfach Bombe gemacht, ich glaube jeder hat Steppen schon kennengelernt, jeder hat schon irgendwie so ein Turnschuh-NFT gesehen und das Ganze sieht für mich einfach cool aus, Marketing bisher geglückt. Jetzt gehen die Preise runter und die neuen User-Zahlen gehen runter, ja das generelle Marktsentiment ist jetzt nicht investitionsfreudig, den Markt, den viele kennen, wo blind Geld investiert wird und einfach alle Kurse nach oben schießen. Das ist einfach gerade nicht gegeben, darum verstehe ich das auch, wenn jetzt weniger Spieler reinkommen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, für viele war der Einstieg einfach viel zu teuer und deswegen werden jetzt vielleicht der ein oder andere überlegen, Schuhe nachzukaufen. Und ja, auch ich habe heute beim Autofahren in der Früh meiner Freundin gesagt, eigentlich müsste ich noch so einen Sneaker kaufen, die sind jetzt spotbillig, vielleicht einen Rare, vielleicht weiß Gott was für einen, für unter 1000 Dollar. Jetzt ist es so unglaublich günstig für das, wie cool ich das Projekt eigentlich finde, weil das Projekt ist für mich immer noch genau das Gleiche. Die Entwickler, die Programmierer und das ganze Team hat es vielleicht ein bisschen blöd gemacht mit den ganzen Minting-Overruns, weil es wurden so viele Schuhe gemintet, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. In einem Monat über 400.000 Schuhe und im ersten Monat wurden erst 1600 gemintet. Deswegen muss ich auch sagen, ja, die haben da schon ein paar Sachen aus dem Ruder laufen lassen und das war jetzt nicht so ein guter Move von denen, aber ich finde das immer noch cool. Ich sehe einfach, okay, die haben mit ASIC eine Kooperation, die sind auf Binance ganz vorne mit dabei, die sind immer in den Trending-Charts auf CoinMarketCap und haben auch viel vor mit Adidas im Advisor-Bord. Also das, was da jetzt noch in den Kinderschuhen sozusagen steckt, finde ich eigentlich richtig cool und von mir aus ist das Projekt jetzt nicht schlechter oder besser zu bewerten. Es ist nur gerade vielen Leuten das Risiko bewusst geworden, das ich von Anfang hier gepredigt habe und bitte schaut deswegen meine Videos und abonniert den Kanal für einfach diese Inhalte, wo ich euch einfach wünsche, dass ihr sie früher gesehen habt, weil für viele kommt es wirklich überraschend, dieser Kurs Crash. Zu den Einzahlungen und Auszahlungen in das System, die man alle auf der Blockchain ablesen kann, dann gibt es auch ein bisschen schlechtere Veränderungen. Grundsätzlich wurde immer viel mehr Solana eingezahlt und jetzt sehen wir langsam aber sicher, dass die Auszahlungskerzen hier deutlich über den Grünen schließen und immer mehr Geld aus dem Projekt rausfließt. Ist ja auch gut so, weil es muss irgendwo jemand Profite nehmen und ich hoffe, ihr seid auch die Personen, die hier schon seit längerem die roten Kerzen gefüttert haben und nicht einfach blind reingeschmissen haben. Das Ganze sieht für mich jetzt aber auch auf der Binance Smart Chain so aus, dass sich das einfach mal einpendelt. Wir haben hier eine Preisfindungsphase von einem unglaublich krassen Bereich, der Kryptobereich, unglaublich spekulativ. Obendrauf auf diesem Risiko haben wir noch das Risiko von Turnschuhbildern, die noch nie jemand irgendwo real bewerten konnte und dann haben wir noch zwei Ingame Tokens. Der eine ohne Hardcap, unlimitiert, kann unglaublich inflationär eskalieren, was jetzt auch passiert. Der andere ist zumindest noch limitiert, der Steppen Token. Und ja, das Ganze muss sich einfach hier jetzt mal einpreisen, einfinden, wo wir mit dem Projekt stehen und sobald wir vielleicht den nächsten Bullrun sehen, könnte das Ding wieder explodieren. Allerdings heißt es jetzt mal einfach, die bittere Pille zu schlucken, die Preise so zu akzeptieren, wie sie sind. Ändern können wir sie nicht. Du kannst es immer noch zu deinem Guten nutzen. Das habe ich auch vom Hugo von Kryptosphäre richtig gut ersatz. Du kannst es jetzt nutzen, du musst aber nicht. Das Risiko solltest du dir aber bei deiner Recherche, bevor du da Geld reinsteckst, schon bewusst gewesen sein. Das möchte ich bitte einfach appellieren. Ihr wisst ja, was wir hier machen. Wir machen ja die krass kuriosesten Dinge, hier irgendwie Geld zu verdienen, Geld anzulegen, ob es jetzt mit Turnschuhbildern ist oder damals irgendwelche Fische zu füttern im Internet, wo du einfach Geld bekommst aus dem Nichts. Das ist schon so eine Sache. Da muss man einfach überlegen, wie das Ganze so läuft. Gerne schau dir einfach alle Videos, alle Steppenvideos an, bevor du jetzt überlegst, da reinzugehen oder vielleicht jetzt rauszugehen, weil das Ganze ist für mich schlussendlich so, ich behalte meine Schuhe, ich werde sie jetzt leveln. Jetzt ist das Leveln günstig und sobald sich das irgendwie stabilisiert, kostet es mich ja nichts, jetzt die Schuhe hochzuleveln. Das mache ich nur aus meinen eigenen Rewards heraus und meinen eigenen verdienten Tokens. Vielleicht kaufe ich nochmal nach, aber ich bin mit meinen drei Schuhen super zufrieden. Vielleicht kaufe ich meiner Freundin nochmal zwei Stück, dann hat sie auch mehr Energie und kann man ja noch weiter beobachten. Ich wünsche auf jeden Fall allen hier stille, ruhige Hände, mach keine Fehler. Das ist schon Geld, was auf dem Tisch liegt, das vielleicht auch wieder zurückkommt. Seid da einfach im Klaren mit eurem Investment, was ihr da getan habt. Lernt daraus zumindest, was ihr in der Zukunft mit eurem Geld anstellen werdet. Ich persönlich, mich wundert es jetzt nicht, ist natürlich nicht optimal gelaufen, aber ich bin zufrieden bisher. Lasst gerne mal eure Meinung da. Wo habt ihr eure Schuhe gekauft? Bei welchem Floor-Price lagen die? Seid ihr jetzt krasse Minus? Werdet ihr durchhodeln? Habt ihr schon verkauft? Oder habt ihr schon nachgekauft? Es würde mich jetzt einfach mal interessieren, wo wir da im Durchschnitt liegen. Ich habe auch gerade auf Twitter noch eine Abstimmung gemacht. Auf Twitter könnt ihr mir natürlich auch kostenlos folgen, wie auch hier auf YouTube. Normal machen wir immer noch ein 50 Dollar Giveaway in jedem Video, aber meine Social Swap Referrals sind irgendwie nicht gut geschrieben worden. Jetzt habe ich nichts mehr zum Verlosen. Aber das werden wir natürlich sofort wieder nachholen. Das heißt, es zahlt sich wieder aus, hier drunter ein Like zu setzen und mit eurer Wallet-Adresse zu kommentieren. Dann werden wir das in den nächsten Videos natürlich wieder nachholen. Ich wünsche euch auf jeden Fall Happy Gains und gute Entscheidungen mit euren aktuellen Projekten und vor allem mit Bitcoin. Wir sehen und hören uns dann definitiv in einem der neuen Videos. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.